Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag gestartet. Ich bin wieder back. Ich bin wieder fit, nachdem die letzten zwei Tage ich absolut flach gelegen war. Deswegen geht's jetzt heute wieder volle Leute los. Momentan traden wir bei ungefähr 19.200 US-Dollar. Wenig Veränderung aber auch in den letzten Tagen, muss man auch dazu sagen. Es hat sich wahrscheinlich nicht mal gelohnt, irgendein Video zu machen, weil einfach viel zu wenig passiert ist. Trotzdem, heute könnte es ein bisschen interessanter werden. USA-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und noch ein paar andere Sachen schauen wir uns auf jeden Fall jetzt im heutigen Video an. Ansonsten, bevor wir starten, lasst den Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, kommt in die Telegram-Gruppe. Es gibt eine neue Telegram-Talk-Gruppe. Link wie immer unten in der Videobeschreibung oder auch unten in diesem Textblatt. Wisst ihr Bescheid. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt durch. Wie gesagt, 19.200 US-Dollar traden wir momentan. Wir hatten heute Nacht nochmal so ein kleines Stop-Loss-Hunting in dem Bereich der 18.800. Wir sind leider nicht hier unten in das Golden Pocket gekommen. Das Golden Pocket zeichne ich euch mal ganz kurz hier noch ein. Und zwar liegt momentan bei ungefähr 18.700 US-Dollar. Wie gesagt, sind wir leider nicht genau reingekommen. Leider, leider. Aber trotzdem, wir haben nach oben hin noch so eine kleine Ineffizienz in dem Bereich der 19.500 bis 19.400 US-Dollar. Das wäre eigentlich so weiterhin das erste Ziel. Und würde auch weiterhin bedeuten, wir hätten weiteren tiefere Hochs gebildet. Aber mittlerweile hier so ein kleineres, höheres Tief. Aber das ist natürlich nur auf den kleineren Zeitanheiten. Auf den größeren, wie gesagt, halte ich es weiterhin eher für möglich, dass wir uns noch diese 18.000 US-Dollar auf jeden Fall noch holen. Einfach aufgrund der Liquidität, die hier unten liegt. Die zweite Station, je nachdem jetzt was zuerst kommt. Ich bin ganz ehrlich eher davor, dass wir nochmal in den Bereich der 20.000 US-Dollar kommen. Wäre charttechnisch eigentlich das sauberste, dass wir uns hier oben haben. Wir haben nämlich auch nochmal eine ordentliche Liquiditätsansammlung. Und plus hier drüben nochmal so eine kleine 4-Stunden-Supply-Zone, dass wir einfach zuerst den Step gehen. Wir holen uns erst diese kleine Liquiditätszone bei ungefähr 19.500, 19.600, was wir gerade angesprochen haben. Versuchen dann dieses Breakout aus diesem Downtrend-Kanal. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und dann in den Bereich, wie gesagt, der 20.100 US-Dollar. Dort liegt der Pivot des Monats Oktober momentan noch plus diese 4-Stunden-Supply-Zone. Und dann haben wir hier oben noch diese nächste Widerstandszone in dem Bereich der 20.400 US-Dollar. Und danach sieht es momentan zumindest nicht aus, dass wir da erst einmal rüberkommen. Die XY hat gestern ein bisschen wieder gepumpt, hat aber momentan keine wirklichen Auswirkungen auf Krypto und auch auf die Indizes. Also Krypto entkoppelt sich, in Anführungszeichen entkoppelt sich, ein bisschen von den traditionellen Indizes. Also wir sehen nicht mehr diese krassen Dumps, die wir sonst immer gesehen haben, sondern ein bisschen weniger die Dumps oder auch die Pumps. Also ein bisschen Entkoppelung ist da, auch was das Chart-technische Bild vor allem auf den größeren Timeframes angeht mit dem Daily. Wir haben höhere Tiefs in den Kryptomärkten, also jetzt mal implizit auf Bitcoin bezogen, aber dafür tiefere Tiefs im ganz normalen Indizes-Chart. Jetzt schauen wir mal ganz kurz noch auf den Daily-Chart, auf die Downtrend-Linie, was ich gerade angesprochen habe. Und zwar bezieht die sich auf diesen Bereich hier oben. Diese Downtrend-Linie wurde jetzt bereits viermal angetestet. Ein fünftes Mal wäre dann das Breakout, sage ich mal, hier in diesem Bereich, also so, ich sage mal, vier-, fünfmal. Und dann spricht man normalerweise vom Breakout, weil irgendwann ist einfach die ganze Liquidität da draußen. Und es würde eigentlich ganz gut hier zu diesen 20.100 bis 20.400 dieser Region passen für ein mögliches Short-Setup, um dann vielleicht diesen Turnaround nach unten hin zu bekommen in Richtung der 18, 18.2. Je nachdem, auf Binance ist es 18.2, bei Bybit ist es die 18k. Also es könnte noch relativ interessant werden, was dazu natürlich noch führen könnte, sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe heute. Die Prognose sind die 225.000, aktuell sind es 228.000, vorherig waren es 219.000. Also das könnte noch relativ interessant werden, ob wir hier möglicherweise so einen kleinen Turnaround jetzt so langsam kriegen. Also wir hatten es ja letzte Woche schon, wo die Prognose 225.000 ist ein bisschen höher gewesen. Sollte sich das jetzt immer, immer weiter exponentiell steigern oder so könnte dieser Turnaround sein. Und dann muss die FED natürlich auch zurückziehen. Also das ist so dieser erste Ding, wo ich jetzt sagen würde, okay, könnte so die Weichenstellung sein, damit die FED vielleicht doch so langsam oder sicher eher im Kurs vielleicht mal zurückfährt. Also da heute 14.30 mal ein Augenmerk drauf werfen. Wir hatten es ja auch in diesem Video, der große Crash, also wo ich da gemacht habe. Im Endeffekt, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das gerne an. Nicht nur auf den Titel achten, eher auf den Hinhalt, so ein bisschen auf die Vergangenheit achten. Und da spielt sowas dann auch eine relativ wichtige Rolle. Also heute 14.30 könnte ein bisschen Bewegung reinbringen. Ansonsten schauen wir wieder zurück in die Charts, schauen wir uns Ethereum an. Auch hier sehr, sehr wenig Änderung. Wir hatten ja hier drüber gesprochen, wir haben dieses Hoch hier nochmal einigermaßen abgegriffen. Das heißt die Liquidität, aber auch hier haben wir es nicht geschafft, nochmal ein tieferes Tief hier zu bilden oder zumindest ins Golden Pocket bei 1.240 zu bekommen. Wir sind jetzt bis auf 1.270 gekommen. Auch hier dieses Tief nicht mehr abgegriffen. Also Ethereum verhält sich momentan 1 zu 1 wie Bitcoin. Muss man ganz ehrlich dazu sagen, sehr, sehr wenig Veränderung. Auch hier momentan eher, denke ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns hier nochmal ein bisschen nach oben orientieren. Vielleicht nochmal in Richtung des 200er SMA bei 1.323 bis ungefähr 1.350, wo hier oben nochmal so eine kleine Supplyzone liegt mit viel, viel Liquidität. Aber Ethereum brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel näher drauf eingehen. Schauen wir uns XRP an. Auch hier der Downtrend liegt weiterhin auf dem 4-Stunden-Chart vor. Wenig Änderung. 200er SMA könnte jetzt interessant werden. RSI ist relativ weit unten. Plus wir haben eine 4-Stunden-Bullish-Divergence im RSI hier unten mittlerweile. Also es könnte jetzt für den heutigen Tag etwas positiver, sage ich mal, sein. Wie gesagt, XRP-Downtrend könnten wir jetzt erst einmal brechen. Auch hier wäre es dann der vierte Versuch. Niedrige RSI-Bullish-Divergence wäre jetzt erst einmal das Wunschszenario, dass wir hier drüber kommen. Vielleicht diesen Retest dann nochmal vollziehen. Um dann, sage ich mal, zumindest mal in diesen Bereich um 0,50 wieder hochzukommen. Wünschenswert wäre natürlich hier oben diese 0,51,44. Einfach aufgrund der Liquidität, die hier oben liegt. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz, ob das auch mit dem möglichen Golden Pocket hier oben übereinstimmt. Da sehen wir, Golden Pocket würde hier oben halt auch liegen. Wieder, nachdem wir hier schon mal drin waren. Aber trotzdem diese Liquidität hier oben macht es einfach für uns einfacher, hier oben dann möglicherweise einen Short reinzusetzen. Dann, Cardano wurde ja relativ still um Cardano. Habe ich schon mal ein bisschen vorgezeichnet. Wir haben auch hier eine Bullish-Divergence auf dem 4-Stunden-Chart. Die Ineffizienz wurde gefüllt. Plus wir haben hier unten dieses Stop-Losses, die hier mit diesen kranken Volumen hier wieder reingekommen sind. Haben wir mittlerweile aus dem Markt geschüttelt. Also sehr, sehr gutes Zeichen. Tieferes, tief gebildet mit deutlich weniger Volumen. Diese Bullish-Divergence könnte uns das erste Mal in diesem Bereich der 0,37 auf jeden Fall bringen. Wäre so dieses erste Szenario, die 4 Stunden immer Ribbons verlaufen hier. Und dann hätten wir natürlich auch einen wunderschönen, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einen wunderschönen doppelten Boden hier erst einmal, der uns dann vielleicht sogar bis in den Bereich der 0,40 US-Dollar und hier oben dann auch in die nächste 4-Stunden-Supply-Zone bringen könnte. Und danach kommt dann nochmal so eine Ineffizienz. Die zeichnen wir jetzt auch nochmal gleich hier mit ein in diesem Bereich. Das sind so die Zonen, die jetzt erst einmal interessant werden. 0,37, 0,38 jetzt mal für heute wäre so das Wunschszenario. Sollten natürlich auch die Kryptomärkte und die Aktienmärkte relativ positiv noch in den Tag starten. Und dann sieht es bei Cardano auch relativ gut aus. So, dann noch kurze News-Updates aus für insolvente Krypto-Plattform Nuri. Ob man das jetzt unbedingt Krypto-Plattform nennen kann? Boah, wollte ich euch einfach nochmal mitteilen, wer da vielleicht noch Kohle drauf hat, zieht einfach den Rest ab. Vielleicht auch bekannt unter Bitwalla, Nuri, keine Ahnung. Ich glaube, das hat schon drei Namen gehabt. Also jeder, der da noch Kohle drauf hat, zieht eure Kohle erst einmal ab. Aber Insolvenzverfahren ist sowieso, glaube ich, schon länger abgewickelt und jetzt ist es endgültig aus mit dem Ding. Und Aptos, Blockchain-Wunder oder leeres Versprechen. Aptos ist ja seit gestern in aller Munde, egal in welche Gruppe man guckt, überall Aptos. Ey, hast du Aptos gekauft? Kann man Aptos shorten? Kann man Aptos shorten long oder so? Passt da einfach ein bisschen auf. Also es gibt auf Twitter immer wieder kritische Meldungen, auch von Entwicklern, die dann wiederum gesagt haben, ne, sie haben das Projekt verlassen, Fadding ist möglich, was weiß ich. Also da mal ein bisschen aufpassen. Es soll sogar Solana Blockchain ablösen mit 160.000 Transaktionen. Wir wissen, was bei Solana ist, auch wenn Solana vielleicht die schnellste Blockchain ist. Sie wird immer wieder abgeschaltet, hat nichts mit Dezentralität zu tun im Endeffekt. Also bildet euch da vielleicht ein bisschen selber so eine eigene Meinung. Nicht nur jetzt auf 100.000 Mitglieder in irgendwelchen Gruppen hören, die jetzt hier Aptos kaufen. An sich klingt es gut, aber da ist auch viel Fad im Endeffekt auch so im Hintergrund, was da abläuft. Deswegen auch hier ein bisschen möglicherweise aufpassen. Ist aber auch schon bei den großen Exchanges wie BingX und Binance und sowas gelistet. Also da könnt ihr gerne vorbeischauen. Aber trotzdem ein bisschen in der Hinterhand behalten. Und was wir uns dazu auch mal noch angucken könnten. Ich weiß, Chart lasse ich immer. Die Analysen macht einfach keinen Sinn. Und das seht ihr ja auch. Also wir halten uns hier stabil, sage ich jetzt mal, in dem Bereich der 7 bis 8 Dollar. Gibt wenig Änderungen. Wir brauchen jetzt auch hier nicht von einem doppelten Boden. Lasst das Ding erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Der ganze Hype und sowas. Es gibt schon die ersten Leute, die Big Shorten wollen oder sich das überlegen. Lasst da erstmal die Finger klar. Ares Eye ist relativ hoch, das ist der 15 Minuten Chart. Finger davon lassen vom Shorten oder Longen. Wer das Projekt interessant findet, kann es gerne, keine Ahnung, bei irgendwelchen Exchanges holen. Aber wie gesagt, bildet eure eigene Meinung. Passt da ein bisschen auf und verfaltet es hier nicht in Fogo oder sonstiges. An sich hört es sich gut an. Trotzdem muss man sehen, wie sich das langfristig ausbaut. Gut, das war es von mir heute. Wir hören uns dann heute Abend um 19 Uhr zum Livestream ganz normal. Wer Bock hat, gerne wieder vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, bitte nicht verpassen. Und, ich habe es jetzt gerade vergessen, Quant. Quant, ganz wichtig. Ich wollte eigentlich Quant noch machen. Ah, jetzt habt ihr mich rausgebracht. So, nee, wir schauen uns noch ganz kurz Quant an. Quant nämlich ganz wichtig. Wir sind hier weiterhin im Golden Pocket. Was hier aber noch sehr, sehr wichtig ist. Wir haben uns das tiefere Tief geholt. Wir haben ja im letzten Video darüber gesprochen. Quant im Golden Pocket. Auch hier wieder sehr, sehr viel Volumen. Nur jetzt war einfach das Wichtigere. Wir haben ein tieferes Tief auch direkt am 0,65er mit deutlich weniger Volumen gebildet. Das könnte jetzt so dieser kleine Turnaround-Punkt sein, wo Quant sich vielleicht doch nochmal aufrafft und zumindest versucht, in Richtung des anderen Golden Pockets hier oben bei ungefähr 205 bis 207 US-Dollar zu kommen. Wünschenswerterweise, wie wir jetzt auch in den anderen Charts gesehen haben, wäre es natürlich einfach, dass wir uns das höhere Hoch hier noch holen. Hat auch den Aspekt. Wir haben hier eine Menge, Menge Volumen in diesem Bereich. Aber gut, schauen wir jetzt erstmal, wie sich Quant entwickelt. Quant auf jeden Fall erstmal, erstes Ziel sind auf jeden Fall die 206 bis 207 US-Dollar. Das richtig, richtig bullische Ziel wäre einfach hier ein neues Hoch, sage ich mal, in dem Bereich der 230 mit dann anschließender Korrektur. Aber, wie gesagt, erstmal das Golden Pocket erreichen. Dann können wir auf jeden Fall weiterschauen. Das war es jetzt von mir. Heute Abend schauen wir uns dann auf jeden Fall noch viel, viel mehr Altcoins an, wenn ihr darauf Bock habt. Deswegen 19 Uhr. Ich würde sagen, jetzt beenden wir aber das Video bis heute Abend dann oder bis morgen, je nachdem, wer heute Abend Zeit hat. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.